Hallo und herzlich willkommen beim Mastery-Video zum Thema Diagramme. Im heutigen Video werden wir uns speziell auf das richtige Lesen von Diagrammen konzentrieren. Mit Balken- und Säulendiagrammen lassen sich auch mehrere Merkmale gleichzeitig darstellen. Damit kannst du verschiedene Datenreihen vergleichen. Schauen wir uns dazu ein Beispiel an. Unsere Klassenvorständin schaut sich die Anzahl der Unterrichtsstunden der verschiedenen Schulfächern von der ersten Klasse an und will diese mit der Anzahl von der vierten Klasse vergleichen. Dazu hat sie folgende Liste angefertigt. Diese Werte kann man nun in ein Säulendiagramm eintragen. Die Säulen werden so angeordnet, dass die zu vergleichenden Jahre direkt nebeneinander liegen. Somit kann man schnell erkennen, welches Fach die wenigsten Unterrichtsstunden hat, in unserem Fall Musik. Außerdem kann man schnell sehen, in welchen Fächern sich die Anzahl der Unterrichtsstunden verändert hat. In Deutsch hat man in der ersten Klasse drei Unterrichtsstunden und in der vierten Klasse vier. Natürlich kannst du für die grafische Darstellung auch ein Balkendiagramm wählen. Nun bist auch schon das erste Mal du an der Reihe. Versuche mit Hilfe des folgenden Säulendiagramm die Tabelle fertig auszufüllen. Drücke kurz auf Pause und löse die Aufgabe. Hast du es geschafft? Toll! Vergleichen wir noch die Ergebnisse. In der 1b haben sechs Kinder keine Geschwister. Das kannst du erkennen, indem du dir die erste gelbe Säule ansiehst. In der 1a haben fünf Kinder einen Bruder oder eine Schwester. Und sechs Kinder zwei Geschwister. In der 1b haben drei Kinder zwei Geschwister. Und zum Schluss haben in der 1b sechs Kinder drei oder mehr Geschwister. Bei der nächsten Aufgabe hast du ein Balkendiagramm gegeben. Unsere Schulklasse hat jedes Schuljahr einen Schokoladenverkauf veranstaltet und den Gewinn notiert. Drücke kurz auf Pause und beantworte mit Hilfe des Balkendiagrammes folgende Fragen. Vergleichen wir noch die Ergebnisse. In welcher Schulstufe hat die Klasse am wenigsten Umsatz gemacht? Die Klasse hat in der dritten Schulstufe am wenigsten Umsatz gemacht. In welcher Schulstufe hat die Klasse am meisten Umsatz gemacht? Die Klasse hat in der ersten Schulstufe am meisten Umsatz gemacht. Wie viel Umsatz hat die Klasse über die vier Jahre erzielt? Insgesamt hat die Klasse einen Umsatz von 450 Euro erzielt. Hast du alle Fragen richtig beantwortet? Super, dann sind wir auch schon am Ende unseres Lernzyklus angekommen. Ich hoffe, du hast viel über Diagramme lernen können.